Okay, schauen wir mal den Banause zu, wie er fällt. Aber da jetzt da ist, wo ich bin, schafft er es natürlich auch nie, wahrscheinlich. Oh, ne, okay, er konnte auch der Leiter zuschauen, okay. Ja, 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 ich bin oben. Okay, jetzt nicht verkacken, die blöden Sprünge hier. Jetzt kann ich mir verkacken. Okay, bin wir schon mal oben, oh, ne, ne, Elytra, ne. Ne, echt? Ja. Och, ne, da krieg ich doch wieder alles bei, bei Elytra. Also, angelegt hab ich sie. Wohin muss ich jetzt, da rüber, ach, oh, kacke. Äh, mit Leertasten, ne? Ja, ich glaub ja, ne, und los springen und dann nochmal Leertasten, ne? Das ist ja, glaub ich. Oh, ich hab's geschafft. Oh, wie knapp das war. Okay. Ist jetzt nichts hinzüglich? Ach, du kacke. Ja. Ja, dann geht ja, wenigstens, dann musst du wenigstens nicht tausend Sprünge wieder machen vorher. Ja, du hast einen zu ersprungen und da musst du da genau treffen. Wenn du das verhaust, dann ist es vorbei. Ja, dann ist das so. Ich hab noch überlegt, soll ich... Ping noch an der Leiter, du Fick-Schnitzel, ey. Das ist eine Scheiße. Ja, Mann. Oh, jetzt bin ich nicht gesprungen. Jawohl. Nein, ich bin drüber gerutscht. Blol, ich dachte, ich kann nicht weit springen, dabei geht's umso weiter, ey. Ja, geht doch, meine Fresse. Denk drauf, sagst du, kein Schwung, wir verkacken jetzt. Weiß ich. Oh, Mann. Weiß es, Elita, ja, Wollingen, na, freu ich mich. In dem Horizont, sehr gut. Da komm ich schauen, wie der Bananen hier rüberkommt. Da ist er, 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 da ist er. Oh, das ist wirklich knapp. Alter. Ah, ich wusste, irgendwo schlägt man sich den Kopf an. War ja klar. So. So. Ich wusste, dass ich heute gar nicht so schwer war. Sehr schön biegen. Juhu. Ja, 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 so. Oh je, oh je. Ach du Scheiße, ey. Ich schaue gar nicht hoch. Ich will gar nicht wissen, wie weit das geht. Auf jeden Fall müssen wir einen Baum hoch. Kriege ich, ich kriege jetzt nur nach vorne. Hier müssen wir noch hoch und dann müssen wir den Leaf so, ach du, da sind Schleimblöcke hin. Ach du, ich gucke gar nicht hin. Wollt's hin. Ich kann auch nicht überlegen, wo's weitergeht. Die Weins? Die Reben an der Seite? Echt? Ja. Ich hab gar nicht gesehen. Ach so. Ob ich gerade mit hier weitergeht. Das war offensichtlich, hab ich nicht gesehen, okay. Ja, schön und runter gefeiert. Toll. Wahrscheinlich, ja, ich weiß wohin. Ja, super. Wohin? Vom Baumrübe müsstest du springen. Woher ich gesprungen bin. Jo. Nein, ich bin leider nur nicht gesprungen. Und anscheinend hatte ich, gegen das Pech, als ganz unten gelandet bin. Du und ich wieder mal nicht. Ach du Scheiße. So, warum wiederholt habe ich mir die Lieder nicht mehr? Warte mal, automatisch wiederholen wir irgendwie. Halt dich fest. Danke. Meine Fresse. Keine Ahnung. Okay. Dann stehe ich hier und singe. Darüber. Oh, nee. War ja klar, sich von Ihnen zu fallen. Das geht doch auch nicht. War ja ganz klar, dass wenn ich um die Ecke springen muss, an die Weins, dass ich die nicht halten kann, dass ich runterfalle. War ja logisch. Das würde ich nicht gekriegt, dass du vorne gibst. Au. Auf Anhieb, nein, beim zweiten Mal. Aber du bist nicht aus der Welt gefahren. Ich bin ja aus der Welt gefahren. Nee, ich bin auf dem Gras gelandet. Ja, aber du fällst aus der Welt und du springst und dich erwischt. Nee. Oh, doch. Ich habe es doch geschafft. Dachte, er hätte ich nicht geschwungen. Oh, ja, 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 ja. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie das weitergeht, wenn du oben am Baum bist. Toll. Toll. Kökzelt. Wahrscheinlich musst du wieder an die Aliane springen, die in der Luft hängt und die man sich nicht halten kann. Ne. Ich mein, du kommst an den einen Baum, aber ich weis von wo aus man springen muss. Oh mein Gott. warte mal, hier hat es auch Plattformen noch weiter drüben ah, das ist der Weg zur nächsten Insel dann hier geht es sicher mal nicht ja, ich habe mich gerade an die Allianen da drüben also entweder kommen wir aufs Baumwerk oder links an den Baumstamm unten hat es ziemlich weit unten Allianen, wo man hochklettern kann bis ungefähr in die Mitte, da kann man da vielleicht aufs Baumwerk manchmal, wenn wir unten auf den Baum springen unten links und von da aus an den Stamm macht das Sinn? jetzt um die Kur komm man da weiter? kommst du jetzt rüber? okay, das ist doch das, okay ich habe schon gedacht, verkackst jetzt rüber zu kommen äh, 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 mami, mami, ah so, jetzt jetzt ist der Soundtrue zum Ende bei mir wieso hat, wieso macht die automatisch weiter, ey ich weiß noch nicht, ähm das hast du schon nicht eingestellt, ich frage mich nur wieso nicht mehr äh, ich habe mich da auf den Augen verloren ah, nee, da oben bist du, okay so, jetzt aber die Frage, wo hin jetzt na gut, das hat Allianen wahrscheinlich gegenüber auf dem Baum rüber, ne ja, aber die ja, aber die ja, das schaffst du nicht und hier noch höher aber die müssen auf dem Baum gegenüber, schau mal, da sind doch die Liederplattformen ja, ja, richtig, da musst du, da musst du drauf, das ist richtig ich frage mich gerade, ob du vielleicht hier irgendwo hochkommst erreichen wir, erreichen wir die Allianen von da, von, die in die Luft hängt ne, die hängt da, die hängt da runter, aber da wäre ja oben an der Plattform, warte mal wenn ich da runterfalle, ist das sehr schlimm, kann ich hoch, kann ich hoch, oder, ja ähm tatsächlich, ja ja, ich hoffe, es ist noch nicht, wie gesagt, es ist verpackt, wir hatten ja schon mal so ein Ding, wo wir gedacht haben ja, dafür ist die, glaube ich, zu neu die ist ja ziemlich neu, die Map die dann möglich hat, wäre, wenn man ja, da oben ist wirklich ein Holsteil das heißt, zeigen wir so ein Motto wenn er oben ankommt, könnte er abstehen ja, ist richtig ja, es geht, es geht, es geht, es geht kannst tatsächlich heranspringen oh, tatsächlich, okay puh, okay, das war, aber jetzt, wo geht es weiter was ach, du scheiße ich hab Angst und nicht voll klar ich glaub dich vor, ich, ich sonst kann ich doch panisch schieben, du schneller bist, als ich Nein! Nein! Ich bin lustig und spürt. Ach, ich habe auch verkackt. Das wollte ich mich gerade zu dir porten. Obwohl, jetzt weiß man ja, wo der Weg ist. Ja, aber trotzdem. Wie wir so weit da oben waren. Ja, aber nur weil wir nicht was tun wollen. Hat das gedauert. Okay, jetzt will ich doch den Test ums geht. Gehen würde, TP. Mach mal. Ja, bis da unten, okay. Äh. Jetzt bin ich verschwunden die Musik gestartet. Wieso? Hier ist eigentlich nicht so. Die hat es immer automatisch. Ach so, ich sehe das. Das hier, so. Jetzt habe ich es. Gut, und jetzt. Ja, das funktioniert. Ja. Du durst doch, wir sind wieder mitten im Bild hier. Ja. So, das ist ein Schwung der ich bestimmt wieder verkacke. Nee, nicht mal! Unglaublich! Boah, hat mich der Baum in den Röcker drückt, ich dachte schon, er falle. LOL, unglaublich! Und wie ich ihn natürlich nicht erwischen, weisst du? Ich hab jetzt gedacht, komm, jetzt bist du mal cool, jetzt probierst du das? Wo krieg ich dich nicht, das ist so? Ich bin immer noch überlegen, ob du musst mit der Shift-Taste dran und noch mal hinspringen. Ich drücke immer die Shift-Taste, wie ein blöder. Da kann ich mal sagen, wie ich mich vorhin da festgehalten hab. Da sah ich da so cool Spacki aus. Wo nicht. Okay, da hab ich mich festgehalten. Was Problem ist, du musst wirklich von vorne ran kommen. Auf der Seite geht's ja nicht, das ist wie ein Item, was du... Ja, so. Okay. Halte Ruhe. Boah, das ist voll viel so weit runter springen, ey. Nee, was? Schleimblöcke und dann gleich zwei hintereinander. Ja. Weisst du was, wenn einer fällt, dann gebt ihr Bescheid. Das sind sogar drei Schleimblöcke. Ja. Ich bin dafür, dass wir nacheinander spielen und sonst porten. Ja, mach mal. Probier mal. Okay. Okay. Äh, warte mal. Ich call mich jetzt hier. So. Okay, kannst du versuchen. Ich hab, beim letzten Habib, bin ich aufgeprallt. Okay. Bleib mal stehen kurz. Bleib mal stehen kurz. Okay. Okay. Ich hab's geschafft. Okay. Ich wollte natürlich nicht, dass wir beide dann unterfallen miteinander gleichzeitig. Dann, weil ich auf der Seite brauche wir stehen. Boah. Nein! Ähm. Ich port dich so hoch, bevor ich es unterfalle. Ähm. Ich muss sie umgekehrt machen. Nicht mich zu dir porten. Ja! B-Bahn, 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 B-N-A-U-S-F-9! Ja, B-Bahn, B-Pana-U-S-F9! Ja, B-N-A-U-S-F9! Okay. W-A-U-S-F9! Dann darfst du. W-A-U-S-F9! 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 Okay. ESE! Ah, V-A-U-S-F9! W-A-U-S-F9! Okay. W-A-U-S-F9! Ja, ich dachte, das gehört so. Beacon! Hä, ist das ein lila Beacon? Da war gar kurz ein lila Beacon. Oh ne, jetzt... Na gut, wir haben gespeichert. Jetzt muss ich über die Abgrund hier anfangen. Wieso? Tschüss! Wie soll der Schwung denn gehen? Bitte schön. Geht das? Hä, ist der nicht ein bisschen hoch? Geht nicht. Ach, da ist ein Bein. Links ist es hier. An den Blättern hinten. Da ist eine Webe. Ganz links. Ach, das sieht man gar nicht. Ja, da siehst du es nur, wenn du seitlich drauf guckst. Okay, so geht es nicht. Okay. Halt sie mal da! Oh, mit Mittleren? Oh, jetzt hat mich die blöde Rebe aufgelegt. Die blöde Kuh, ey. Toll, ich seh die gar nicht. Wo ist die? In der Mitte sein. Ich bin ja gar nicht in die Mitte gesprungen da. Hat mich nichts aufgehalten. Ach, zu scheiße, ey. Wieso hat mich das nicht gehalten? Oh, das wollte ich jetzt sagen. Naja. Gut, ich werde sagen, wir machen jetzt noch vier, fünf Minuten. Ja. Und dann mache ich mal Schluss für heute. Sind wir doch schon eigentlich ziemlich weit gekommen. Ja, drei Inseln haben wir schon. Drei Inseln in zwei Folgen und so weiter geht, ist das kürzeste. Ja. Erst mal abwarten. Ach komm, jetzt bin ich runtergelaufen von dem blöden Block. Wie geht das eigentlich dann weiter? Ach, hier musst du rein spielen. Alles klar. Also, bescheuert finde ich die Reben, die man kaum sieht, ey. Geh mal stark davon aus, dass hier unten in der Mitte von der Insel irgendwo ein Portal ist. Nein! Ja, irgendwas ist hier, es kommt hier ab und zu ein lila Bieten raus. Naja, da ist ein Portal. Da ist ein Portal. Muss halt sein. Weil hier nirgendwo Blöcke sind, wo du dann rüberkommst. Zur nächsten Insel. Okay. Chaka, Chaka! So, den sprang ich mir vorhin verkackt. Schon wieder? Ah doch, ist er gerannt, okay. Wollte schon sagen, er ist wieder nicht gerannt. Okay, aber diesen letzten Sprung jetzt nicht verkacken, da habe ich es geschafft, ne? Juhu! Ja, das ist ein Endportal. Ja, Wasserrutsch! Hey, hey! Geil, Rainer! Remote Gateway. Oh, sie ist jetzt hier. Transit. Okay. What? Was? Halt, 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 das ist ein Fehler. Das schaffst du nie! Was? Also, man schwebt hier irgendwie, was? Ja, irgendwie Gravity oder sowas. Da hab ich grad schon gemerkt, beim ersten. Da musst du aber richtig aufpassen, ey. Nicht, dass du rübersegelt jetzt überein. Juhi! Hui! Okay, holen wir uns noch einen Beak. Nein! Oh, ja! Heilt mich! Heilt mich! Oh nein! Oh, nochmal! Ja, ich hab's geschafft! Soll ich rüberholen? Nein, nein. Ich mach das schon. Geht doch schnell. Okay. So, siehst du nachher auch Feierabend, Freitag? Wartest du auf den Browser, ob du es auch noch hinkriegst? Oh! Einmal probier ich noch. Ich hab's gerade zugesehen. Ich hab's gerade zugesehen. Ah, du kannst einen bisschen Rückblick machen, wo wir schon waren. Wir haben uns gar schon vier Dinseln geschafft. Ja. Warte mal, Sand. Ja, jetzt hab ich zurückgeguckt. Toll! Sand haben wir gemacht. Die... Toll! Ja, mit der Startinsel vier. Also, ich hab vier gemacht, ja. Ja, du bist jetzt unter vierten. Ich bin... Ne, ich bin... Fünfte bist du sowas schon. Ja, genau. Okay. Machen wir Ende. Okay. Willst du dann drüben Ende machen wir dich? Ja. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst uns ein Like da. Schreibt doch gerne in die Kommentare, wie ihr diese Map hier findet. Vielleicht habt ihr ja selber schon gespielt. Wenn ja, wie habt ihr sie gefunden? Und wenn nein... Ja... Könnt ihr ja mal selber mal ausprobieren. Ähm... Dann würde ich sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Ich bedanke euch von Banaus, dass ihr wieder Zeit gehabt habt. So in den frühen Stunden... Morgenstunden nach Goldemund sozusagen. Genau. Und dann sehen wir uns dann wieder zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.